Die Miss Schweiz, Kirstin Cook, ist in Kriens aufgewachsen. Da kennt man die schöne Luzernerin schon länger. Trotzdem wird sie erst jetzt, seit ihrem Missentitel, so richtig umworben. Vor allem von den jungen Fans. Kirstin erinnert sich noch gut an ihre eigene Kindheit. Meine Brüder haben immer miteinander geschlägt. Und ich habe immer verloren. Ich war immer die, die am Schluss gebrült hat. Aber sie ist trotzdem sehr froh um ihre Brüder. Ich bin meine Schwester. Sie passt auf mich auf. Und wie sieht es mit dem Wunsch nach den eigenen vier Wänden aus? Das ist noch kein Thema. Warum nicht? Ich weiss nicht. Ich bin gerne mit meiner Familie zusammen. Ich fühle mich noch nie bereit, eine eigene Wohnung zu suchen. Ich weiss nicht. Ich bin gerne mit meiner Familie zusammen. Und ich hoffe, dass wir noch zwei Jahre zusammen sind. Sollte sie diese dann aber mal haben, so weiss sie schon jetzt ganz genau, wie ihre Traumwohnung aussehen muss. Sie muss einfach simpel sein. Sie muss mir passen. Farblich. Ich habe gerne eine helle Wohnung. Ich habe es gerne modern eingerichtet. Also nicht so alte Möbel, sondern lieber moderne Möbel. Sie muss sicher ein Bad haben. Ich nehme gerne ein heisses Bad. Überhaupt lässt sie sich gerne verwöhnen. Denn zur Hausarbeit in der eigenen Wohnung sagt sie... ...und jemand einstellen. Und welche Aufgaben ihrer Freund würde übernehmen, auch das weiss sie schon jetzt. Ich will für mich kochen. Ich kann besser kochen als ich. Tja, nicht jeder, der Cook heisst, kann also auch wirklich kochen. Sie überzeugt dafür mit anderen Talenten. Wir sehen uns beim nächsten Mal.